ähm ja ein kleiner endkampf glaube ich das auge sieht mich überall es sieht so aus als wäre es ein endkampf ich weiß es aber nicht oh das kannst du jetzt aber sofort aufheben ich weiß aber nicht ob das jetzt wirklich ein endkampf ist kann er da rauf gehen ja okay okay das ist doch kein endkampf das ist seine welt oder wie sehe ich das jetzt ich kann da eh nicht drauf gehen okay dann habe ich mich nur getäuscht das kannst du das auf so ich muss mich da irgendwo verstecken da gibt es noch nichts nein wir müssen das anders lösen das ist das ist blöd die kommen von dort da kommen jetzt von dort und dann dort der typ hat jetzt ähm wir hebt das auf das brauchen wir ruhe in frieden nach ne etwas stärkere mann kommt mir jetzt auch noch entgegen das fehlt mir noch ich glaube dass da oben keiner ist wird jetzt da einfach provokant rauf laufen okay oben geht es nicht weiter ja du musst ja auch nicht ja genauigkeit 0 nämlich so halten so ich habe jetzt noch die snapper natürlich meine ultime die komm du störst jetzt so der typ ist jetzt weg ja natürlich mache ich das ganze jetzt ein mit der maus weil ich kann ich kann das nicht okay das ist ein fehlschuss lad auf lad auf lad auf schnell 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 ja der polizist mit der waffe natürlich okay das hat ihn jetzt natürlich nichts gemacht das hat ihn jetzt höchstwahrscheinlich nur gekitzelt so da fehlt jetzt aber einer ja du fällst mal noch mit deiner maske ich habe jetzt aber nichts zum anzünden ich glaube ich gehe schnell runter ich glaube da lebt einer nach oben ja nie liebe dame komm her lass doch lass doch immer bist so ich habe nochmal noch zwei kugeln ah hatte ich jetzt habe ich sie wieder ähm was soll ich jetzt machen nicht die kopie schon wieder ich weiß nicht warum die kopiert es da immer wieder auch doch scharf 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 so das kann man jetzt ganz schnell lösen er mag das nicht blöd ist es wenn es wenn die mit wenn diese dinge immer mit entgegen kommen ähm ja das ist halt blöd da hat es jetzt schnell bumm gemacht jetzt drehe ich mich schnell wieder um weil das oh da ist was gegen das kann ich nicht aufheben oh mein gott schnell rauf rennen oh wer schießt damit der sniper oh komm her ich habe keine Zünd die alte ist das na jetzt habe ich es geschafft super Kontrollpunkt alter das war jetzt wirklich unmenschlich ähm es ist hier aber komisch weil es ausgegangen das ist also bei der ganzen Munition es ist ja alles perfekt ausgegangen ähm Kontrollpunkt erreicht was soll ich jetzt machen komischerweise sieht mich auch keiner mehr aber was da hinten ist nichts mehr so was soll ich jetzt machen wahrscheinlich nicht so soll ich das Auge da oben abschießen achso ich war ja da noch nicht oben ja da machen wir das gleich so wie komm ich ja sehr schön soll das jetzt ein Zombie-Kampf werden oder wie jetzt so jetzt geh rauf der hat sich aus einsteckt der nächste oh das wird jetzt ein Glücksschuss oh wo kommt denn der boah der hat einen großen Hammer eingesteckt oh mein Gott schnell runter schnell schnell runter der Dicke und nicht schon wieder so ein maskierter ich werde wahnsinnig wir haben da Schockpolzen eigentlich wollte ich den da abschießen aber okay ich habe noch Schropfen hinten das ist gut so da werde ich ihm jetzt einmal die Birne wegschießen nein 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 das darfst du nicht was schnell der muss laden ach nee das ist der Kettensäge Mann und jetzt ach gehen und da rennen jetzt auch noch die anderen Gestalten herum wie soll ich den jetzt besiegen hm es ist so unnötig dass der jetzt da ist weil es liegt ja keine Munition was soll ich denn jetzt am besten abschießen kann man das jetzt ähm ja erklären warte mal Blödsinn oben ist ja die Tür offen ähm ich versuche das jetzt mal die Tür rauf zu kommen ja sie ist zu sie ist verschlossen ja ich habe dann ich habe nicht getroffen wenn sie sich alle nämlich so blöd bewegen müssen steck rauf ich weiß nicht was ich machen soll es tut mir echt leid ich habe echt keinen Plan na komm darf es da gar nicht sein ähm ja das ist blöd ich habe echt nichts ich habe keinen Plan was ich jetzt machen soll hab ohne Explosiv könnte ich mir jetzt herstellen ja da ist er schon ähm ich brauche Munition komm her komm her komm her komm her ich muss mit dir reden ja das wird's ein Fehl kann ich das wieder aufheben ja kann ich ja komm her nicht den na da äh du darfst die ah ist schon geladen ähm das macht ja natürlich nichts aus ähm hab ich noch oh cool wieso kann ich mir jedes Mal na komm her ja na stehst du jetzt auf und rennst eine kleine Explosion das wirst du ja schon aushalten so die Leichen sind jetzt natürlich alle weg die wollte ich jetzt nämlich verbrennen wie oh warte ich habe noch was wie habe ich die jetzt gefunden grüß euch meine Damen nicht den den da okay die haben alle Masken das ist so blöd das ist so blöd das ist so blöd dass die Masken auf haben aha so funktioniert das ganze wenn ich jetzt Glück habe ja das kitzelt den eigentlich nur das kitzelt das wird jetzt eigentlich die ganze Folge wird jetzt nur daraus bestehen dass ich den jetzt irgendwie versuche zu abknallen aber da riecht los ah Sniper aber dass der jetzt wirklich herkommen muss das ist jetzt hätte echt nicht sein müssen ja das hör auf hör auf jetzt gehst du jetzt hörst du auch zum Rasten Alter der Typ macht mich schon so nervös so das hat ihn jetzt irgendwie gekitzelt oder sonst was du lauerst jetzt deine beschissene Waffe da riecht es auf ihn und dann wünsche ich ihm mal eine schöne gute Nacht da komm er jetzt lieber Mann ich habe sie auf den Kopf getroffen warum möchten sie jetzt nicht sterben das Problem ist auch dass er sieht mich jetzt muss ich mit einer Hand den Kundings halten und mit der anderen Hand muss ich ähm ja scheiße ich dachte verbrennen gut er ist tot das war jetzt eigentlich nicht so wirklich ein Endkampf jetzt muss ich die Folgen sowieso auf zwei teilen jetzt bleibt bei uns eigentlich nichts anderes übrig ähm es war recht lustig ähm aber recht blöd das war ja wirklich da einen schlechten Zeitpunkt ja weil ja zum nächsten Kampf oder wie ach nein das ist doch ein Spaß oder zum nächsten Kampf ich kriege jetzt schon Kopf wenn ich dran denke was kommt jetzt das nächstes auf mich zu ja ja Sniper Fritzi oh da hat es Bum gemacht komme ich auch ne was was aua ja ich werde mir das jetzt nochmal angucken ich habe vorhin schon meine Waffe geladen warum hat er das jetzt nicht gemacht so einmal und da gibt es da noch Munition für meine Dings oder gibt es da gar nichts ich habe echt keinen Plan wie ich den Typen da jetzt oben abschieße ja er hat keinen Plan ich habe echt keinen Plan das ist so komisch gemacht muss ich sagen ja also das ist irgendwie komisch dass man jetzt äh vom Dings zu Dings rennt da jetzt ein paar abknallt irgendwie ein bisschen eigenartig jetzt kann ich den Controller ja es ist mein Controller eh leer ähm gut Leute ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten Folge aber ich hoffe im Blick finde ich da irgendwas dass ich das irgendwie lösen kann ja ich habe sehr wenig Munition ähm bis dann tschüss